Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Bildung löst die Ketten deiner Gedanken. Die Aufgabe liegt darin, das Kind nicht zu formen, sondern zu erlauben, sich zu offenbaren. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Dennoch musst du eine Entscheidung treffen. Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemand überholt werden. Wir machen Träume wieder wahr. Vital Akademie Learn at Home. Die innovativen Videofernstudien.